Wir wollen junge Lyriker fördern in unserem Programm. Das ist speziell etwas, was dem Ed Partika am Herzen liegt. Und er wird heute von einer Umweltaktivistengruppe ein Protestlied vortragen. Es ist in rumänischer Sprache. Die Gruppe heißt Ozon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Klavier Oliver Kent. Maya He. Maya Who. Maya Ho. Maya. 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 Alo. Salute. Sunte. Un. Haiduk. Sheteros. 12 Iubre. matureOMa. Ui, brei me. Primeste. Fir straway. Allo, allo, sunt-i Picasso, ti-am dat, bip. Si sunt vionic, ta sa stil, nu ti c'er nimic. Vrei sa pleci, da nu ma, nu ma ne, nu ma, nu ma ei, nu ma, nu ma, nu ma ei. Si pol tau, si dragostea din te, imi anestești oci, tai. Ce sun, sa ci spun, ce simt acum? Allo, allo, sunt iastre u, Picasso, ti-am dat, dat, bip. Si sunt vionic, ta sa stil, nu ti c'er nimic. Meier hi, meier hu, meier ho, meier ha, ha. Vielen Dank. Das nervigste Summer-Hit aller Zeiten, meine Damen und Herren. Oliver Kenton, können wir. Natürlich, ich als Amerikaner, wie Sie hören, ein leichtes Akzent. Aber ich habe da doppel Nachteil zur Zeit. Scheiß Ami, ist doch klar. Es kann mich nur entschuldigen für meine Landsleute, was die da machen. Und zweitens, ich habe Deutsch in Deutschland gelernt. Ist er ein scheiß Ami oder scheiß Piefke? Super. Aber natürlich, das Ganze etwas zu entschärfen. Und natürlich, der Thomas ist so ernst und so. Ich dachte, ich erzähle mal ein kleines George-Busch-Witz. Okay, so, der George Bush in Donald Rumsfeld. Die sitzen in einem Schlauchboot auf dem Amazonas, in Brasilien. Was gibt es, was gibt es in das Amazonas, in das Fluss? Piranhas, richtig, ne? Okay, ja gut. Es gibt Piranhas, ne? Und ein Schlauchboot. Es kommen die Piranhas, die schwimmen und die beißen ans Schlauchboot. Und da muss man nicht weg und wurscht, ne? Aber es gibt zu viele Piranhas, tausende, zehntausende Piranhas. Ich beiße nach, nach, nach ans Schlauchboot. Irgendwann mal beißen die durch. Die Luft geht raus, ne? Luft geht aus. Schlauchboot geht unter. Oh mein Gott. Wer wird gerettet? Wir alle. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.